So liebe Freunde, ich gehe jetzt hier mal in das Haus rein, auf das Ding. Ich gehe jetzt hier rein. So, ich gehe jetzt mal rein hier. Guck mal, Eingang steht sogar auf dem Kopf. Philippe, Philippe, ich finde das hier, du kannst ihn da hochsitzen. Aber du weißt, das ist ja kein Short, ja? Ja, da steht drauf Eingang. Hallo, Spidey. Vorsicht. Oh Mann, ey. Oh, guck mal, da, Vorsicht. Das ist ja schon gefährlich hier. So, jetzt gehen wir hier rein. Hier macht es heute keiner, diesmal sind nicht so viele Leute hier. Hier waren die schon mal drin. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn es geht, ja? Ja, müssen alle aufpassen. Oh, die kommt mal wieder in den Kopf. Kopf spielen, weil hier ist noch ein Rucksack unten. Da läuft der Fernseher sogar. Wie geil ist das denn? Fernseher auf dem Kopf, da mit DVD und Blu-Rib her. Boah. Das ist Galileo, ist das. Komm raus, komm. Komm, machen wir mal. Ja, genau. Da vorne. Da ist Fox. Da hat er die Stimme. Hier, mach ein Short, er mach ein Short. Hier, komm, komm. Hilfst du mal? Film gemacht. Kannst du dir die Kamera auch drehen auf dem Kopf? Nee, geht nicht. Nee, aber schade. Hätte man drehen müssen. Hätte man drehen müssen, warum geht das nicht? So, auf jeden Fall sind wir hier weiter. Total genial. Boah, ihr ahnt gar nicht, wie man hier die Gleichgewicht verlieren tut. Das fühlt sich total komisch an. Das ist total. Ist das die Kopfstache oder ist das auch das Haus? Das ist das Haus, das zieht es. Ach so. No. Das ist auch ein Piechmerz. Umgekehrt, das Haus ist total genial gemacht. Wie ihr hier alle geht, wie auf Eiern. Das sieht total witzig aus. Hier die Küche. Aber man, ich glaube, das ist auch das Gehirn, was nicht so wirklich mitkommt. Ich glaube auch. Weil so schreckt das Haus von außen gar nicht aus. Nee, weil das auch auf dem Kopf ist. Ich glaube, das ist so gewollt. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Da ist sogar Mülleimer. Ich meine, das ist total geirrt. Man torkelt hier aber auch echt durch die Gegend, ey. Du siehst. Guck mal da. Oh, was? Jetzt gehen wir nochmal hier runter. Vorsicht, bitte halte ich schön fest, dass du mir nicht die Treppen runterfällst. Weil, das ist alles. Aber wenn man sich ja schön festhält, dann geht das eigentlich alles. Bilder auf dem Kopf. Die Treppe ist eigentlich ein bisschen am Reizen, weil die haben ja eine Treppe halt gerne von drunter. Ja. Das ist einfach schon so wie so eine gefährliche Treppe. Hier, guck mal, sowas könnte man auch machen. Aber leider kann ich die Kamera nicht drehen. Sonst hätte ich auch mal witzige Hund auf dem Kopf und wie Taddy auch geht. Das ist so total, total unsicher. Das sieht sich komisch an. Ja, total unsicher geht man. Das ist eigentlich total geil. Schönes Gefühl, ne, oder? Oder nicht? Mhm. Challenge. Um einfach mal versuchen, gerade zu laufen. Das ist nochmal gleich. Das ist nochmal zu laufen. Was filmst du denn da jetzt? Doch gar nichts. Dich mal so. Doch gar nichts. Hä? Aber cool, oder? Echt hübsch. Das finde ich cool. Das da. Das da ist zu wahr, ne? Cool wäre, wenn ich Scheiße jetzt da runtertrauten werde. So, bub, 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 das ist schon. Guck mal da. Guck mal, das ist das Video. Ich bin der Film. Oh, wo ist er? Ich bin im Fernsehen. Guck mal, ja. Hier. Was ist denn los mit euch? Wo ist die? Wo ist die Kamera? Da vorne ist die Kamera. Hallo. Hallo, Leute. Oh, guck mal, ich bin hier auf dem Kopf. hier. Ey. Was geht ab hier? Komm, ich bin hier auf dem Fernsehen. Ich will jetzt hier reingucken. Achso, hier kann man doch. Das ist der Ausgang. Das ist dunkel. Das siehst du nicht. Das ist der Ausgang. Oh, so ein kleines Spukhaus. Oh, komm, komm. Hier muss ich jetzt nochmal rein. Und? Hier ist dunkel. Hier sieht man noch ein paar Totenköpfe auf dem Haus. Und hier sind noch coole Spiegels. Sieht richtig cool aus. Oh, so ein Skelett ist natürlich cool. Aber da habe ich nicht ein tolles Handy. Ja, so sehe ich dann auch echt aus. Das ist so ein gruseliges Ding. Ja. Und da soll ein großer Keller sein. Sag mal. Wo ist denn die denn hier? Oh, super. Ein Sarg auf dem Kopf. Folterkeller. Eieiei. Folterkeller. Ja, stimmt. Folterkeller. Das soll ein bestimmter Keller darstellen. Also, liebe Freunde. In Fox macht ihr hier so schon kleine Dinger. Hier ist das vollständige Video vom Haus. Hier ist auch eine Kamera. Damit wir keine Dummheiten machen. So. Komm raus. Hier geht es doch raus, oder? Ja, ich glaube. Ja, wir kommen jetzt wieder raus. Hier. Ja. Aber da ist wieder das Gitter. Anna, komm. Ja, bestimmt. Ah, den grünen Knopf musst du drücken. Ja. So, und hier kommen wir jetzt wieder raus. Nee, das finde ich ganz weit komisch. Also, ich muss ehrlich sagen, für 4,50 Euro war das jetzt ein bisschen teuer, muss ich sagen. Für 4,50 Euro für so ein kleines GD. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. So. Ich habe mich jetzt voll gewöhnt mit dem Fahrt. So, das ist dich. Komm, komm. So, langsam. So gut. Ja. Und durch. Genau. So, liebe Freunde, das war jetzt hier. Das war jetzt hier der Ausgang. Ich stelle mir vor, das funktioniert ja alles nicht. Man klemmt sich hier die Finger, auch nicht gut. Und damit werde ich ja schwönen. Und liebe Freunde, wenn man da denkt, wie sie nicht fixen, dann sehen Sie wie fax sie ist.